Sehr geehrte Fahrgäste, die HLB begrüßt Sie an Bord unseres Zuges auf der Fahrt nach Dillenburg und wünscht Ihnen eine angenehme Reise. Nächster Halt Willensdorf-Rudersdorf, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt Dillbrecht, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächster Halt Rodenbach, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt Dillbrecht, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächster Halt Dillenburg, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächster Halt Dillenburg, dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen und wünschen Ihnen einen schönen Tag. Ausstieg in Fahrtrichtung links.